Ich bin Künstler. Was bist du? Willkommen bei meinem Interview-Podcast. Ich bin Lena Molfa, Künstlerin aus Berlin. Ich treffe mich hier mit Menschen aus allen Berufsgruppen und zusammen finden wir heraus, auf welchem Platz heutzutage die Kunst in unserer Gesellschaft steht. Ob mit Prominenten oder jemandem, der sich gerade erst entschieden hat, diesen Weg einzuschlagen, ich stelle Fragen ohne Schranken und Tabus. Aus der zweitbesten Stadt Deutschlands, Sebastian Singler ist bei uns, Stallschlag, aus Hamburg. Freut mich total, heute hier zu sein. Ja, beste Stadt der Welt. Vielleicht ist es Hamburg, vielleicht ist es Berlin. Ich weiß es nicht. Beide Städte sind schön. Auf diese Reaktion habe ich einfach gewartet. Das habe ich gewusst, dass du so sagst. Was ist so schön an Hamburg? Was ist so schön an Hamburg? Ich weiß nicht. Ich mag einmal gefühlt zumindest, dass es eine sehr weltoffene Stadt ist, also wie die Menschen dort sind. Ich mag das tatsächlich auch, wenn ich dort unterwegs bin und mitbekomme, wie viele Kulturen da sind, wie viele andere Sprachen da gesprochen werden und so weiter. Also ich mag aber auch den typisch nordischen Umgang der Menschen, eher so ein bisschen zurückhaltend und anonym. Das sind so Tatsächlich Dinge, die mir sehr gut gefallen. Und gleichzeitig ist es einfach, es gibt einfach sehr schöne Regionen. Also wenn man zum Beispiel in Hamburg ist, sollte man sich auf jeden Fall den Hafen angucken. Das ist sehr, sehr schön dort. Und ja, ich mag auch, dass die Stadt einen guten, weiß ich nicht, öffentlichen Nahverkehr hat und man überall eigentlich gut hinkommen kann, ohne Auto zu fahren. Mein Podcast heißt, ich bin Künstler, was bist du? Was bist du, Sebastian? Genau, deswegen durfte ich mich wahrscheinlich auch nicht vorbereiten. Nein, so ist das ja gar nicht. Ich bin Künstler, was bist du? Was bin ich? Gute Frage, was bin ich? Was definiert mich? Definiert mich irgendwie die Musik oder die Kunst, die ich mache, wenn man das so als Kunst bezeichnen kann? Oder ist das mein Job? Oder ist das meine Art, wie ich lebe? Und ich weiß nicht, ich persönlich sehe mich, was bin ich? Das ist echt eine schwierige Frage. Wir werden hier richtig philosophisch hier irgendwie. Das muss ich echt mal nachdenken. Ich finde das so schwer, mich selber zu beschreiben. Ich finde das viel, in Anführungszeichen, einfacher, wenn andere Menschen versuchen, mich zu beschreiben. Versuchen wir aufzuteilen. Bist du Wissenschaftler oder Musiker? Das ist beides. Also ich würde sogar auch sagen, ich bin ja Wissenschaftler und Softwareentwickler und Musiker und alles braucht eine gewisse Art von Kreativität, damit das funktioniert. Das ist tatsächlich so. Ich habe Softwareentwicklung gelernt, also in der Schule auch eine Ausbildung dazu gemacht und habe halt gemerkt, wenn ich jetzt Softwareentwicklung für unsere Forschung, dass ich dabei immer sehr kreativ vorgehen muss, dass es viel weniger nur logisches Denken ist oder irgendwelche Algorithmen zu entwickeln, sondern es hat sehr viel damit zu tun, dass man auch flexibel bleibt irgendwie und auf Situationen reagieren kann. Und das ist in der Wissenschaft aber tatsächlich auch so. In der Forschung, das ist nicht irgendwie alles nur schwarz-weiß oder nach irgendwelchen Methoden, die man so abarbeiten kann. Man muss sich häufig auch irgendwie so einen Weg schaffen. Also insofern würde ich sagen, wenn mich was beschreibt, ist es schon so als Eigenschaft zumindest, dass Kreativität eine ganz große Rolle in meinem Leben spielt, dass mich das auch erfüllt. Also ich kann gut arbeiten oder auch gut Musik produzieren, wenn ich sehr viel kreative Energie habe. Das ist tatsächlich so. Und wenn ich irgendwo eine Inspiration herbekomme, also ich greife dann irgendwas auf, was mich beschäftigt oder was ich nachdenke und versuche das dann irgendwie zu verarbeiten und einfließen zu lassen. Wie fühlt man sich als Musiker in so nordischer Stadt wie Hamburg? Also ich bin tatsächlich eher mit meiner Musik zumindest in Kontakt mit Menschen irgendwie aus der ganzen Welt. Also es ist tatsächlich so, dass ich eher mit Menschen zu tun habe, irgendwie aus den USA oder auch irgendwie aus dem asiatischen Raum und weniger in Deutschland bin ich tatsächlich gar nicht so verankert mit der Musik, auch wenn man das mal denken würde, sondern ich fühle mich da irgendwie auf einer gewissen Ebene alleine. Das meine ich jetzt gar nicht so negativ, sondern ich habe da einfach jetzt gar nicht so einen Anschluss irgendwie an die Szene jetzt in Norddeutschland oder so. Wir in Hamburg haben natürlich auch eine Gothic-Szene, aber das ist jetzt auch dem geschuldet, dass ich selber gar nicht so der große Szene-Gänger bin, also sondern eher introvertiert tatsächlich an vielen Stellen, also die Musik auch sehr stark für mich selber mache, das aber halt genieße, wenn ich auf eine Bühne gehe. Also dann kann ich auch aus mich rauskommen, extrovertiert sein, die Musik präsentieren oder das gilt auch tatsächlich für meine Arbeit auch. Da habe ich halt Aufgaben, dass ich manchmal Studierende unterrichten muss oder Fachvorträge halte zu unserer Forschung. Da fühle ich mich immer wohl. Ich fühle mich vorher nicht wohl und danach nicht wohl, aber wenn ich dann in der Situation bin, mich dem stellen muss, dann finde ich das immer richtig gut. Und genau, das ist halt glaube ich auch ein bisschen das Problem, warum ich in Hamburg jetzt nicht so den Anschluss habe, weil da müsste ich mehr auf die Leute zugehen, vielleicht irgendwo mich irgendwo einschleimen, keine Ahnung. Das sind alles so Charaktereigenschaften, die ich nicht gut finde bei mir, also das möchte ich gar nicht. Das ist keine außergewöhnliche Antwort. Ich höre das sehr oft, dass ihr im Ausland, besonders in Amerika oder auch irgendwo weit weg in Asien, ihm viel mehr Anschluss gibt als bei uns, was ich schade finde. Also auf jeden Fall. Deine Musikrichtung, aber natürlich sehr eigenartig, sag ich jetzt mal. Also Neues, allein Name schon, eigentlich viel erklärt. Und mich interessiert sehr stark, wie kommt man zu dieser Ausdrucksform? Wie ist dieser Moment, du hast gesagt, beim Studium, aber vor dem Studium. Wann gab es diesen Moment, wo kleine Sebastian hat gesagt, jetzt mache ich vielleicht Neues. Oder wie soll ich mir das vorstellen? Also erst mal bezeichne ich meine Musik immer als Krach mit Techno-Elementen oder Techno-Elementen, weil das halt eher so eine richtige Tanzbar geht auch zum Teil oder melodisch ist, wie ich dazu gekommen bin. Naja, das ist irgendwie relativ klassisch. Also mein älterer Bruder hat damals irgendwie ein Gothic kennengelernt und hat dann die Musik irgendwie mitgebracht. Ich war damals 13, 14, glaube ich irgendwie um den Dreh und die Musik hat mich irgendwie begeistert. Also das ist tatsächlich so. Ich habe dann irgendwie angefangen, eher so im Metal-Bereich zu hören und habe dann irgendwann elektronische, dunkle Musik entdeckt. Habe dann auch angefangen, selber Musik in dem Bereich zu produzieren. Das war aber noch kein Neues, sondern eher so ein Dark-Electro-EBM in diese Richtung. Und die Idee, wie ich da hingekommen bin, ist tatsächlich so, dass meine Frau die Idee hatte, mal so eine Musik auszuprobieren. Also da ich ja schon Musik produziert habe und sie selber so Fan wurde von Bands wie Kiew oder Zootalks, die relativ etabliert sind so in diesem Bereich, Industrial Noise, hat sie mich gefragt, wollen wir das nicht auch mal machen? Und dann habe ich gesagt, okay, können wir ja mal ausprobieren. Und dann haben wir halt ein paar Lieder zusammen produziert. Die haben wir online gestellt, damals noch auf unsere eigene Webseite und auf eine Seite, die hieß mp3.de, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Also so ganz kleine Seiten, wo man das irgendwie verbreiten konnte. Dann haben wir MySpace für uns entdeckt. Das war ja damals die, also damals, 2006 war das, damals die große Plattform für Musiker. Und haben da einfach unsere Musik reingestellt und dann hat uns jemand entdeckt. Das war damals der Sänger von der Band Readjust. Der war bei einem amerikanischen Label unter Vertrag. Und genau, der hat uns empfohlen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir unterschreiben einen Vertrag, bringen da irgendwelche Alben raus. Und dann konnte ich mich da ja eigentlich gar nicht mehr entziehen, weil ich dachte, okay, jetzt haben wir irgendwie ein paar Lieder produziert. Jetzt kommen auch noch weitere Alben dazu. Mache ich einfach mal weiter mit dieser Art von Musiker, obwohl ich persönlich, ganz ehrlich, die Musik gar nicht gehört habe zu dem Zeitpunkt. Also ich war kein Fan von dieser Industrial Noise-Geschichte, sondern eher so im Dark-Elektro-Bereich irgendwie unterwegs, so die Uquigo und solche Bands. Blutengel habe ich damals auch noch gehört und keine Ahnung, sowas ganz anderes. Und genau, was ich daran aber faszinierend fand, war tatsächlich die Idee mal zu gucken, was kann man eigentlich mit Krachelementen und Beats irgendwie machen? Wie kann man das irgendwie vereinen? Also einen typischen Viervierteltakt-Beat irgendwie und dazu Krach im Hintergrund laufen lassen und passt das überhaupt zusammen? Kann ich das überhaupt oder ist das vielleicht total absurd, irgendwie diese Elemente zu mischen? Und ich konnte es irgendwie, weil es hat ja Anklang gefunden. Man selber als Musiker ist ja immer sehr kritisch und ist immer gar nicht so sicher, ob das irgendwie gut ankommt. Es hat aber Anklang gefunden. Ich habe einige Leute kennengelernt, die das sehr unterstützt haben. Das hat mich auch tatsächlich dann motiviert, einfach mal weiterzumachen und zu gucken, was kann man denn noch für Sachen einfließen lassen? Also nicht nur einfach immer nur Krach zu machen mit irgendwelchen Beats, sondern habe dann immer versucht, auch später so Melodien reinzubringen, irgendwelche schön Synthwave-Melodien oder sogar ein bisschen poppiger an einigen Stellen. Und das fand ich halt immer faszinierend. Und das ist auch der Grund, warum ich das heute noch so mache, weil ich dieses experimentelle Vermischen mit normaler Musik spannend finde. Also immer die neue Herausforderung zu suchen. Das ist eigentlich das. Und so bin ich auch da geblieben. Also das hatte jetzt gar keinen politischen Grund oder irgendwie sowas oder wirklich, ich sage mal, einfach einen künstlerischen Grund, dass ich mich unbedingt ausdrücken wollte, sondern eher Spaß am Machen, Spaß an der Freude, das zu produzieren. Planst du diese Momente, wo du fängst an zu produzieren oder passiert das einfach spontan? Du kriegst Inspiration. Und wenn, wo kriegst du die Inspiration? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Das ist eine Frage, die ich häufiger bekomme, die ich auch immer gut finde. Das kommt einfach total darauf an. Also zum Teil gehe ich diesen klassischen Weg, dass ich Samples nutze aus Filmen oder Serien oder wo auch immer her. Also wenn ich irgendwo was gucke und höre einen Satz oder irgendwie einen Dialog oder irgendwas, was ich total ansprechend finde, was ich denke, okay, das könnte ich in Musik verpacken, dann ziehe ich mir das quasi raus und baue darum dann irgendwie einen Track. Also das heißt, die Inspiration kommt dann tatsächlich durch das, was ich gerade sehe oder höre. Ich bin jetzt nicht so, dass ich mich hinsetzen kann und plane. Also sage, okay, heute schreibe ich jetzt irgendwie einen neuen Track. Das kann ich nicht. Das funktioniert nicht. Jetzt, wenn ich das versuche, geht das irgendwie eher schief. Oder wenn ich auch versuche, andere Bands zu kopieren. Weil man hat ja manchmal einfach so dieses, dass man einen Song hat und denkt, das klingt irgendwie geil. So ist eine Art, würde ich auch gerne mal versuchen. Da scheitere ich immer total. Sondern das muss irgendwie aus einem Moment kommen. Und den kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Also mir ist immer wichtig, auch wenn man das vielleicht in der Musik nicht unbedingt manchmal hört, aber das alles eine gewisse Art von Aussage hat. Also es hat immer irgendwie auch was, nicht politisches, aber schon irgendwie, eines meiner Lieblingsthemen ist irgendwie, ich hasse die Menschen und verarbeite das in Musik. Und genau, und das zieht sich halt manchmal so durch. Aber ich habe da eigentlich auch gar nicht so den Plan, oder dass ich jetzt sage, ich schreibe jetzt irgendwie so eine Art Konzeptalbum oder so. Es gibt ja auch, dass Künstler halt sagen, okay, ich habe ein Thema, das zieht sich durch das ganze Album oder durch die ganze Veröffentlichung, sondern ich probiere unglaublich viel aus. Ich habe jetzt in letzter Zeit auch immer mit anderen Künstlern zusammengearbeitet, die dann Lyrics geschrieben haben auf die Musik und auch das eingesungen haben. Und das fand ich halt besonders spannend, mal zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Und das hat echt gut funktioniert. Und insofern gibt es da jetzt irgendwie nicht den kreativen Prozess, den ich abrufen kann, sondern das ist sehr spontan. Und das möchte ich mir auch so beibehalten. Also ich finde das total wichtig, weil wenn das irgendwie ein Zwang wird, dann ist das nachher wie ein zweiter Job. Also dann ist das für mich Arbeit. Und das möchte ich halt immer von mir fernhalten, und für mich ist Musikproduzieren eine Art der Entspannung und ein Hobby. Das möchte ich nebenher machen können, ohne Zwänge. Naja, aber trotz dieser entspannten Anstellung, ich bin dein Follower und ich beobachte sehr oft neue Veröffentlichungen und alles dreht sich irgendwie um Musik. Und ich habe mir schon gedacht, also das ist ganz schön, was passiert. Für manche professionelle Musiker vielleicht passiert gar nicht so viel wie bei dir. Aber es freut mich, wenn das natürlich immer noch kein Zwang dahinter steht, dass du jetzt irgendwas abliefern musst, sondern es einfach kommt von deinen Gefühlen, von deinem Wunsch. Absolute Freiwilligkeit. Das war ja meine Frage. Ich wollte fragen, ob du irgendwie Verpflichtungen hast. Also ich war ja jetzt auch vorher noch mal bei einem Label. Jetzt bin ich wieder komplett independent. Aber selbst da gab es keinen echten Zwang. Also der Zwang, wenn es einen gibt, dann kommt der von mir selber aus mir heraus, dass ich denke, okay, jetzt könnte ich ja mal wieder was veröffentlichen oder ich habe noch irgendwas Altes rumliegen. Das könnte man jetzt ja mal veröffentlichen. So dieser Druck, wie gesagt, den mache ich mir eher selber, aber der entsteht so ein bisschen auch dadurch, dass Kollegen von mir halt sehr viel raushauen irgendwie an neuer Musik und dann habe ich mir das Gefühl, ich könnte auch mal wieder. Oder was ich ja auch jetzt mache, ich habe ja nicht nur Stahlscheiß, sondern ich habe ja auch noch andere Projekte, dass ich dann auch gemerkt habe, okay, irgendwie driftet so eine Musik, die ich angefangen habe, in eine andere Richtung. Dann mache ich mal ein neues Projekt dazu. Aber es ist gar nicht so gut. Also ich habe selber bei mir gemerkt, mehr Pausen machen. Ganz zu Anfang gab es mal alle zwei, drei Jahre ein neues Album. Da habe ich gar nicht darüber nachgedacht, ob mal was Neues kommen muss. Wie ist dein Verhältnis mit Fans grundsätzlich? Ja, ich meine, Fans ist so ein Begriff, den ich eh schwierig finde. Ich weiß nicht, ob ich Fans habe, ist mir egal. Also ich finde den Begriff einfach schwierig, sondern es gibt halt Menschen, die sich Zeit nehmen, meine Musik zu hören und das finde ich halt toll oder mich zu remixen oder mir die Möglichkeit zu geben, die zu remixen oder zusammenzuarbeiten. Das ist halt das, was ich daran so stark finde. Was war die negativste Erlebnisse in deiner Musikkarriere bis jetzt? Naja, kann ich mehrere Sachen nennen. Also das negativste Erlebnisse kann ich gar nicht so sagen, weil das sind ein paar Sachen passiert, die jetzt nicht so hochdramatisch vielleicht sind, aber mich halt in irgendeiner Form auch gekränkt haben oder auch verwundert haben. Da war eine Sache dabei, da sollte ich mal einen Künstler remixen und hatte den vertröstet, habe gesagt, ich habe keine Zeit, ich brauche ein bisschen länger dafür und dann habe ich aber einen Remix für einen anderen Künstler vorher veröffentlicht, das hat er mitbekommen und aufgrund dessen hat er mich angeschrieben, mich beleidigt, total ausgeflippt, weil ich ihn ja angelogen hätte, ich habe keine Zeit und sowas und da habe ich gesagt, du weißt doch gar nicht, wann ich das gemacht habe und der war vorher fertig und dann wäre er jetzt veröffentlicht. Wie auch immer, hat er mich als, also er wollte mich beschimpfen, indem er sagte, bist du schwul und was, das ist eher ganz strange, das ist total eskaliert irgendwie auf so einer Ebene. Dann dachte ich auch so, War das öffentlich oder privat? Nee, nee, alles privat zum Glück. Also das muss ich halt sagen, so öffentliche Probleme oder dass da öffentlich mal was ausgetragen wurde, bei mir eher selten. Ich halte mich an vielen Stellen aber auch einfach zurück, sage ich ganz ehrlich, weil ich weiß, das kann eskalieren. Das war natürlich eine total bescheuerte Aktion. Am Ende war es dann trotzdem so, ich glaube, ich bin auf so einer Compilation drauf, die er rausgebracht hat und dann habe ich aber gesagt, eigentlich will ich das nicht mehr und dann hat er gebettelt, ob ich das nicht doch kann und habe ich gesagt, ja okay, dann ist mir jetzt auch egal. So und das andere, was ich erlebt habe, das war jetzt gar nicht so direkt, das war halt die Trennung von meinem Label jetzt. Ich war ein paar Jahre bei einem amerikanischen Label unter Vertrag und das war jetzt nichts, was mich direkt betroffen hat, aber da gab es dann so eine Situation, dass ein Künstler von dem Label sich unangemessen verhalten hat, einer DJ gegenüber einem Twitch-Stream, das konnte man auch nach, also wirklich sehen, was der gemacht hat, hat sich halt angenähert an ihren, sie wollte das nicht und wie auch immer und da war ich ja mit nicht einverstanden, dass das Label halt versucht hat, uns Künstler quasi dann mit auf die Seite dieses Künstlers zu ziehen und zu sagen, den sollen wir jetzt verteidigen. Also das Label hat dann auch ein Statement gepostet, dass wir alle hinter ihm stehen und da ist ja gar nichts passiert und so weiter und da habe ich gesagt, das mache ich nicht mit, weil ich wurde nicht gefragt, wie ich das finde und die können nicht in meinem Namen sprechen. Da bin ich nicht dabei und ich war halt dann auch dafür, das erstmal aufzuklären, bevor man irgendwie sich zu stark auf eine Seite stellt und da jemanden verteidigt, der sich vielleicht unangemessen verhalten hat, zumindest im Stream hat man es gesehen, aber da gab es noch eine Geschichte drumherum und die kann ich nicht verifizieren, weil da kenne ich nur eine Seite, aber ich fand halt nicht gut, das ist Label und dann hat das Label, das ist in L.A. basierend, dann haben die da auch im Kleinkrieg noch mit einem anderen angefangen aus der L.A. Industrie-Szene und das haben sie öffentlich ausgetragen, total viel Drama drumherum und das fand ich alles so kindisch und doof. Dann sind sie dann, nee, komm, ich gehe mal hier weg und bin jetzt wieder einfach solo oder independent unterwegs. Naja, in der letzten Zeit sind wir alle mit diesen negativen Erlebnissen überschüttet, was betrifft Frauenhass und Musikszene, vor allem dunkle Szene und was denkst du, woher kommt das, dass so automatisch wird Frau schon mal schön verurteilt? Also woher kommt diese Massenmeinung? Naja, ich kann das natürlich sehr schwer beurteilen, also was ich direkt mitbekomme, ist halt, wenn es auf Social Media irgendwo passiert, Twitter, Facebook, wo auch immer, da muss man aber glaube ich auch mal ein bisschen einschränkend sagen, das ist auch ein gewisses Umfeld, wo sich einige Leute eher trauen, auch so zu agieren, also es zeigt ja bei weitem nicht die ganze Gesellschaft oder die ganze schwarze Szene oder wen auch immer, sondern das sind Menschen, die sich dann berufen fühlen, in irgendeiner Form so merkwürdig zu reagieren, wo dieser Hass kommt. Also auf der einen Seite ist es ja schon so, dass auch in der schwarzen Szene oder überhaupt in der Musikszene Frauen unterrepräsentiert sind, das ist einfach so. Dass Männer da eher das Sagen haben, also das ist einfach, denke ich, leider aus den letzten Jahrzehnten einfach so gewachsen. Das ist auch in der Neusszene so. Also es ist schon so, dass es Festivalveranstalter und zwar da gibt, die auch mehr Frauen auf die Bühne bringen, aber es gibt auch an einigen Stellen einfach im Moment noch mehr Männer, die etabliert sind und entsprechend hat sich das auch dann so ergeben, würde ich sagen, dass da halt so ein Lineup eher aus männlichen Künstlern besteht und wenig Frauen. Gerade so im Neussbereich, zum Glück gibt es jetzt ein bisschen Nachwuchs, aber das ist schwierig. Da ist noch gar nicht so viel da. Und auf der anderen Seite, ja, das hat ja einfach alles viel tiefsitzendere Motive, würde ich sagen. Also wenn man mal guckt, woher der Antifeminismus kommt oder auch das, ja, Männer fühlen sich halt dann irgendwie bedroht von Frauen auf gewissen Ebenen. Es gibt ja auch so Bewegungen im Internet, die Inselszene und so weiter. Ganz, ganz furchtbar, dass diese Männer einfach Angst haben, selber unterdrückt zu werden. Das klingt alles so lächerlich. Und wenn man sich das so anguckt, dass sie Angst haben, dass ihre Maskulinität verloren geht, die gar nicht mehr so richtig Mann sein dürfen, weil sie müssen sich ja irgendwie anpassen und alles so tolerieren. Und ich glaube, das hat wirklich immer so viel damit zu tun, dass diese Menschen unzufrieden sind, kein Selbstvertrauen haben, ja, Loser in Anführungszeichen sind in dieser Gesellschaft. Und es muss ja einen Feind geben. Und mal ist es halt die Frau, mal ist es der Ausländer. Oder jetzt auch, was ich auch super, super schlimm finde, ja, dieses transphobe Verhalten halt, dass das wieder so in den Fokus rückt, dass queer people halt angegriffen werden. Und ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Ich finde das ganz schrecklich. Und ich weiß nicht, was da für ein komisches Bild irgendwie aufkommt. Und das macht mir, ehrlich gesagt, auch Angst. Also gerade in so einer Gesellschaft oder auch in der schwarzen Szene, da weiß ich es tatsächlich gar nicht so, ehrlich gesagt, wie das da aussieht, jetzt mit Frauenhass oder was auch immer. Aber das wird sich ja trotzdem wahrscheinlich trotzdem in allen Szenen irgendwie so ein bisschen oder gesellschaftlichen Schichten widerspiegeln. Und man kann nur hoffen, dass da nochmal ein Umschwenk kommt. Aber es ist schwierig. Und gerade auch durch die aktuellen Debatten jetzt hat sich ja auch nochmal wieder gezeigt, dass da ganz viel ist, was aufgearbeitet werden muss. Du hast auf Facebook deinen Account als Stahlschlag-Künstler-Account und hattest du noch vor kurzem auch Privataccount. Und da, wo ich so ein bisschen surfen wollte, vor unserem Gespräch, war leider nicht mehr zu finden. Du hast deinen Account geschlossen, oder? Genau, ich habe den Account, ja. Bei Facebook kann man löschen oder deaktivieren. Ich habe ihn nur deaktiviert. Das heißt, wenn ich mich einmal einlogge, ist der wieder da. Also das ist nicht weg. Ja, aber das hat damit gar nicht so viel zu tun. Das ist eher, dass ich so überwältigt war von dem, was ich immer auf meiner Timeline sehe. Und das klingt jetzt ein bisschen gemein vielleicht, aber irgendwie ist immer so eine Mischung aus Narzissmus und viel, ich sage jetzt mal Selbstmitgleit, ich will das gar nicht so abwenden, sagen wir mal Menschen, Menschen, die sich halt sehr stark irgendwie positionieren in eine oder andere Richtung. Das hat mich irgendwann gestört, wirklich immer zu hören, dass es den Menschen so schlecht geht. Nicht, dass es mich stört, dass es den Menschen so schlecht geht, aber zu sehen, wie stark das irgendwie sich verbreitet hat. Oder auch Künstler, die sich immer beklagen, dass die keiner hört und ich bin so alleine und keiner kauft meine Musik oder keiner interessiert das mehr. Ich konnte es nicht mehr lesen. Das ist ganze Bashing irgendwie, weil ich das auch nicht nachvollziehen kann. Sicher, ich meine, wir haben ja alle die Freiheit. Wir können hören, was wir wollen. Wir können es auch benehmen, wie wir wollen. Aber ich konnte irgendwann nicht mehr sehen, dass man immer versucht, irgendwelche Menschen zu adressieren oder anzupöbeln oder für irgendwas verantwortlich zu machen, was vielleicht im eigenen Leben nicht so gut läuft. Und das hat mich einfach ein bisschen überwältigt an einer gewissen Stelle, dass ich das gesehen habe. Klar, ein bisschen auch gemischt trotzdem mit der, kann man jetzt auch mal benennen, mit der Rammstein-Debatte und dann auch wirklich, wie viele Frauen hast, auch von einigen geteilt worden, dass ich auch dachte, okay, das hätte ich jetzt gar nicht so eingeschätzt. Oder auch insgesamt, ich war da immer sehr frei und habe halt quasi jede Freundesanfrage angenommen auf Facebook. Und dann war mir manchmal gar nicht so bewusst, ob ich da jetzt irgendwie einen Klimaleugner dazwischen hatte oder doch eher so ein, ich sage mal, AfD-Anhänger oder irgendwas, was ich halt politisch überhaupt nicht heilen kann. Und war dann zum Teil echt auch enttäuscht zu sehen, okay, so ticken diese Leute. Und dann habe ich daraus auch gelernt, vielleicht sollte ich Profile vorher genauer angucken, bevor ich zulasse, dass das passiert. Und es ist insgesamt auch gerade in der Szene eine Sache passiert. Der Ex-Anhänger von UMPF, Dero, der ist ja gesigned worden von Dependent Records, großes, tolles Label. Und der Dero hat sich ja sehr bekannt gemacht, weil er halt Klimaleugner ist und so, weil er richtig schlimm und der ist jetzt von denen halt unter Vertrag genommen worden. Das war natürlich auch nochmal eine Diskussion in der Szene ausgelöst. Und da habe ich aber auch nochmal gesehen, okay, ich habe auch genug Leute, mit denen ich befreundet bin, die das gar nicht nachvollziehen können, dass man diskutiert, dass es ein Künstler ist, den man eher kritisch sehen muss, dass der einfach so reingenommen wird und die Argumentation ist, der hat ja nichts Schlimmes gemacht, strafrechtlich oder so und polarisieren ist doch toll und was ist ich und das sehe ich halt gar nicht so. Das kann ich überhaupt nicht unterstützen. Und dann wieder zu sehen, okay, Menschen, die meine Musik hören, haben aber zum Teil auch echt komische politische Einstellungen, jedenfalls von meiner Sicht aus. Das hat mich alles ein bisschen frustriert und genau. Manchmal neige ich auch dazu, dann überzureagieren und zu sagen, ich deaktiviere irgendwas oder lösche das und gehe ganz weg. Findest du, dass Künstler hat schon Verantwortung die Fans gegenüber? Absolut. Ich finde auch mal diese Aussage, man muss den Künstler, also die Kunst trennen von der Person, die die Kunst macht, falsch. Also ich denke nicht, dass man das trennen sollte. Ich verstehe es nicht, weil in irgendeiner Form, also das frustriert mich einfach immer, dass so argumentiert wird, dass man sagt, okay, ist ja wieder, oder der Rammsteinfall jetzt ja auch, zu sagen, okay, Tillin war ein toller Künstler, der macht tolle Musik, das spricht mich alles total an, was der so privat macht, das geht mich irgendwie nichts an und da sollte man auch gar nicht so reingehen und er hat aber eine absolute Machtposition, so wie er ist und wenn das so stimmt mit den ganzen Vorwürfen, auch dass ein ganzes System dahinter aufgebaut wurde, um ihn irgendwie Frischfleisch zuzuführen, das geht einfach gar nicht und da kann man das nicht trennen und so sehe ich das auch bei anderen Künstlern. Das gibt es auch in der schwarzen Szene, man muss es nur einmal googeln, irgendwie fragwürdige Bands in der schwarzen Szene und bekommt so einen schönen Reddit-Beitrag, da steht dann auch drin, was den Leuten vorgeworfen wird und mit Quellen und so weiter und das ist schon fragwürdig, wenn man sowas wie Comi-Cries guckt, die dann irgendwie, ich sag mal, rechtsradikale Symbole genutzt haben in den Merchandisen, das verkauft haben und so weiter und noch schlimmere Sachen, da muss man sich schon fragen, kann ich jetzt zu einem Konzert gehen von so einem Künstler oder von einer Künstlerin, wenn sowas im Raum steht und ich könnte es halt nicht und ich denke, man hat auf jeden Fall eine Verantwortung und kann das nicht einfach so trennen. Deine letzte Post bei Facebook, ich glaube, da ging gerade um dieses Thema, Frauenhass und Unschuldsvermutung, das ist nicht nur gegen Till Lindemann, muss man den finden, sondern auch vielleicht, die Frauen sollen auch die Möglichkeit bekommen, nicht vorverurteilt werden und ich habe das noch überflogen und da war leider gelöscht. Ja, ich wollte, ich gebe zu, ich wollte Kommentare lesen, konnte ich nicht. Also wenn ich jetzt weiß, dass du das Account deaktiviert hast, dann denke ich mir, du könntest die lesen, oder? Ich habe sie auch gelesen. Ja. Und wie war die Reaktion auch? Nein, die Reaktion an den Kommentaren war, ich würde mal sagen, fast in Anführungszeichen durchweg positiv, also viel Unterstützung, die meisten sehen das zum Glück auch so. Ist ja auch so mit den Menschen, mit denen ich mehr zu tun habe, das passt menschlich auch immer ganz gut zusammen. Ein Kommentar gab es, da stand es darum, da ging es irgendwie darum, dass man aufpassen sollte mit irgendwelchen Labels, also weil ich mich selbst als linksgrün versifft irgendwie bezeichnet habe, was ich auch irgendwie bin, zumindest nach der Ansicht von Personen, die diesen Begriff benutzen, dass man halt aufpassen sollte mit Labels und hier und da und das war aber okay, aber sonst hatte ich jetzt nicht irgendwie gelesen, dass jemand da nicht meiner Meinung ist und insofern, also ich habe auch Hoffnung, es ist ja auch nicht so, das nur, weil man in der Twitter-Blase oder so sehr auf solche Menschen trifft, die eher so den Frauenhass sehen oder Till Lindemann irgendwie reflexartig verteidigen und sagen, das muss die Unschuldsvermutung sein, dass alle so ticken, ganz und gar nicht. insofern aber, also da gab es halt kaum negatives Feedback. Ja, jetzt ein bisschen ging die Geschichte ein bisschen nach hinten jetzt und vor kurzem wieder gab es Riesendiskussion wegen seinem letzten Post und also ich war erschüttert, wie viel Hass gibt es gegen diese Frauen und ich finde auch, dass Unschuldsvermutung soll beidesseitig da sein einfach. Also ich möchte auf gar keinen Fall verurteilen, weder Till Lindemann, weder die Frauen. Ich möchte, dass die Profis belassen, aber ich möchte auch nicht diese fruchterlichen Sätze und Texte lesen über die Mädchen und Frauen und was ich aber wirklich gelesen habe, was jetzt überhaupt geschieht mit dem Sonnenberg, mit ganzer politischer Diskussion, was gerade AfD ausgelöst hat oder siegt der AfD bei diesen Kommunalwahlen. Wie ist das für dich? Hättest du sowas erwartet oder ist das eher Überraschung gewesen? Wenn man die letzten Jahre, oder geht auch weiter zurück, aber wenn man halt auch beobachtet, ja es ist immer so schwierig mit diesen Begriffen zu sagen, das Land hat sich gespalten oder so, aber als die Corona-Zeit war, ist halt sehr, sehr viel Frust, sehr viel Hass aufgekommen, auch von Menschen und auch vorher schon. Also die AfD ist ja damals so stark geworden durch die, ich nenne es jetzt mal so, wie sie es ja selber bezeichnet, als Willkommenskultur irgendwie auch, also im negativen Sinne, dass man jeden reinlässt, die ganzen Flüchtlinge nehmen uns alles weg, was auch immer. Mich überrascht das ehrlich gesagt nicht, weil der Frust unter den Menschen, zumindest das, was man so mitbekommt, einfach sehr, sehr hoch ist und einfach diese Unzufriedenheit, also zu sagen, also ich habe immer das Gefühl, es hat keiner eine Lösung oder eine Alternativlösung, es geht einfach um allgemeine Unzufriedenheit, um Denkzettel und denen da oben eins verpassen und deswegen wählt man irgendwie AfD und klar, gerade, ich verfolge das halt auch sehr stark und lese viel dazu oder höre Podcast dazu und es zeigt sich ja, das ist ja eher das Erschreckende, dass ja nicht alle Protestwähler sind. Wenn es alle Protestwähler wären, dann hätte die AfD gar nicht die Chance, so stark zu werden, sondern dass sich tatsächlich die Ansichten dieser Partei bei einigen so verfestigen und dass die schon eine Stammwählerschaft haben, die ungefähr bei 10% liegt. Also manchmal erwische ich mich dabei, dass ich denke, okay, 10% hier wählen irgendwie AfD, zähle ich mal durch, so wie in der Zehnte wählt die AfD und das finde ich total erschreckend. Es überrascht mich aber nicht, weil man ja auch einfach nur zu den Nachbarn gucken muss, also in ganz Europa gibt es ja einfach diesen Rechtsruck oder ich meine in den USA, aber Trump trotzdem auch an der Macht, dass die Frage, er selber kommt vielleicht nicht wieder an die Macht, aber die Ansichten da sind ja auch schnell irgendwie, es sind genug Unterstützer, die es dann gibt und in Europa sehen wir das überall. Ich meine in Italien sitzt ein Neonazi, also ein Ministeramt, also der Ministerpräsidentenamt, also da denkst du halt auch, das kann es doch irgendwie nicht sein und das erschreckt mich schon, aber Geschichte wiederholt sich, vielleicht nicht ganz so schlimm, also hoffentlich nicht so schlimm, wie es mal war, aber Menschen sind unzufrieden, irgendjemand muss der Gegner sein, man sucht dann einfache Lösungen und wählt dann halt eher so, so würde ich es einschätzen und das Problem ist ja auch, dass viele Menschen anscheinend gar nicht bereit sind, irgendwas in ihrem Leben zu verändern oder ich stehe vor Klimawandel oder sowas, dass Menschen wirklich, die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, bloß keine negativen Effekte, sehen aber halt sich bedroht auf verschiedenen Ebenen und dann wählt man halt eher so eine Partei, die einem verspricht, dass die Bedrohung abgewehrt werden kann, seien es dann hier die Flüchtlinge oder wie auch immer und überrascht mich nicht, trotzdem finde ich es halt einfach nur furchtbar, also, ja. Ja, du hast Geschichte erwähnt, genau, ich habe noch vor kurzem, was heißt vor kurzem, vor ein paar Jahren habe ich gedacht, dass eigentlich macht es mehr Sinn, die Vorträge von Zukunftsforscher anzuhören, statt in Geschichte da zu forschen, aber jetzt leider muss ich feststellen, dass ich auch blätter wieder meine alten Bücher oder schaue im Internet, wie war das denn in verschiedene Imperium, wenn Imperium auseinandergefallen ist und ich finde leider sehr enttäuschend und frustrierend für mich persönlich, vielleicht bin ich zu naiv, dass eigentlich trotz unserer Kommunikationsvorschritte, dass alle alles wissen können heutzutage durch Internet und informiert sein können, trotzdem sehe ich die Ähnlichkeiten vor Mittelalter irgendwo, diese mittelalterigen Züge einfach, dass die Menschen wollen nicht nachdenken und wollen nur mit Gewalt irgendwas zu verändern, aber wissen auch nicht so genau was und enttäuscht dich das auch? Empfindest du das auch so, dass jetzt die Geschichtsbücher wichtiger als Zukunftsforscher-Vorträge geworden sind? Das Schlimme ist, ich schaue mir da auch immer viel an, weil ich finde Zukunftsforschung ist total, also es gibt ja Transformationsforschung ja auch, wo müssen wir sich die Gesellschaft hin entwickeln, damit wir weiterkommen? Und ich habe das Gefühl, das wird eher belächelt und nicht ernst genommen und alles, das ist ja das Problem, alles, was an Veränderungen kommen müsste, würde auf gewissen Ebenen Einschnitte bedeuten, Menschen müssten sich irgendwo zurückhalten, könnten nicht mehr so leben, wie sie wollten. Zumindest sind das die Ängste, ob das stimmt, ist immer die andere Frage. Ich meine, ist ja so, man sagt immer, Technologie vernichtet ja auch Arbeitsplätze irgendwo, wenn es, jetzt ist die ganze Chat-GPT-Debatte zum Beispiel da, in der Vergangenheit hat sich aber gezeigt, Technologie schafft aber auch neue Arbeitsplätze, aber trotzdem gibt es Menschen, die haben dann Angst, dass ihre Jobs wegfallen, wie auch immer. es ist halt so die Schwierigkeit, wir müssten halt, oder Menschen müssten halt mehr als Team, als Gesellschaft auch immer zusammenarbeiten und müssten halt versuchen, zusammen was zu verändern und weniger, aber wir wachsen ja in einer Kultur auf, so empfinde ich das zumindest, auch durch den Kapitalismus, ich, 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 ich muss mich durchsetzen, ich muss den Erfolg haben, meine Leistung zählt und weniger zu gucken, weiß ich nicht, wie kann man das denn zusammen besser machen, sondern eher auf sich selber zu gucken und gar nicht so zu überlegen, dass man so gar nicht vorankommt, weil wir weiter in dieser Hinnbogengesellschaft bleiben, ist das halt, wird das halt zu komplex und dann kommen halt Menschen in unser Leben, die uns nicht passen und dann müssen wir erstmal dagegen sein und das ist genau das Problem. Menschen fürchten einfach Veränderung, glaube ich und gerade wenn es darum geht, große Anstände, wir werden es ja haben, also der Klimawandel ist da, irgendwann wird die große, ich sag mal in Anführungszeichen, Völkerwanderung losgehen, wenn wir die Klimaflüchtlinge bekommen, weil Lebensräume nicht mehr, nicht mehr da sind, vernichtet worden, wie auch immer, und dann werden wir uns mal umgucken, was dann passiert, weil dann kannst du halt nicht irgendwie ein Flüchtlingsbrot absaufen lassen, weil du die nicht hier haben willst, wenn das zu viele werden, dann funktioniert das nicht mit Frontex an der Grenze, die dann die EU beschützen und mir fehlt halt ganz oft diese Solidarität, also wirklich mal zu denken, manchmal habe ich ja auch extreme Ansichten und denke, naja, eigentlich müsste man den globalen Norden und Süden mal tauschen und sagen, wir gehen mal in den globalen Süden, weil wir nutzen diese Menschen aus und nutzen alles, was wir können, um unseren Lebensstil hier irgendwie aufrecht zu halten, eigentlich müssten wir mal lernen, wie das ist, quasi als Sklaven irgendwie in diesen Ländern zu arbeiten für die anderen, das ist ein bisschen eine extreme Ansicht, aber ich glaube, man könnte viel mehr verändern, aber ich hätte aber auch kein Rezept wie, also ich höre halt häufig in meinem Umfeld irgendwie Menschen, die auf Politiker schimpfen und sagen, das ist alles furchtbar, die zocken uns nur ab und wie auch immer und meine Aussage dazu ist aber ehrlich gesagt immer, dass ich sage, naja, sei doch froh, dass es irgendjemand machen will. Willst du das machen? Willst du Politiker sein? Willst du im Bundestag sitzen? Willst du? Ich meine, gerade jetzt auch in der heutigen Zeit, ich meine, die kriegen ja alle Morddrohungen, die leben wirklich schlimm, also haben sie früher sicherlich auch, aber heute Social Media ist es ja noch einfacher und ich muss ehrlich sagen, egal was ich von einigen Politikern halte, von einigen gar nichts, aber überhaupt diesen Mut zu haben, das noch zu versuchen und sicherlich sind da einige korrupt und da läuft auch was schief, ist alles keine Frage, aber ich bin froh, dass es Menschen gibt, die sich dem noch annehmen und sich das zutrauen, was zu machen. Das ist das halt. Ich finde es immer zu einfach, mal auf alles zu schimpfen, immer unzufrieden zu sein, wenn man selber auch keine Alternative hat oder selber sagt, ich möchte zum Beispiel kein Politiker sein, möchte ich nicht, egal wie ich mich politisch aufstelle und wie wichtig ich das finde, ich möchte das nicht, das wäre nicht mein Lebenstraum. Du arbeitest auch unter anderem mit Jugendlichen, mit deinen Studenten. Siehst du da Hoffnung? Bezogen auf was? Bezogen auf die Zukunft. Sind sie besser wie wir? Ist wirklich sehr, sehr schwer. Also meine Studie, das hängt ja auch mal davon ab, also ich unterrichte halt im Bereich Medieninformationswissenschaften und habe da ja das Gefühl, die sind alle noch sehr offen und also das wirkt, ich glaube, das ist halt schwer, das so pauschal zu beantworten, auch wenn es um junge Menschen geht. Also grundsätzlich, es ist ja, was du vorhin schon gesagt hast, also wir haben die Möglichkeit, durch die Kommunikation von heute eigentlich alles besser zu wissen, besser auch mitzubekommen, wie das Stichwort Klimawandel oder sowas, das kann man ja alles schnell nachgucken. Man muss ja nur Videos sehen von den Regionen, ich weiß nicht, wenn in Pakistan alle absaufen oder auch hier in Deutschland mit dem Ahrtal, wie auch immer, man sieht ja die Konsequenzen, die daraus entstehen. Die Frage ist, ob das irgendwas bewegt und da bin ich halt skeptisch. Also egal, ob junge oder alte Menschen, wirklich zu überlegen, also so dieses Langfreude, in die Zukunft denken und auch zu überlegen, okay, ich muss jetzt was anfangen, damit das halt einen Effekt hat in fünf, in zehn, in 15 oder 20 Jahren, wie auch immer. Ich glaube, das fehlt halt vielen. Ich meine, dabei verwische ich mich ja auch, oft denkt man ja nur an den nächsten Tag oder an die nächste Woche oder an den nächsten Urlaub, keine Ahnung, aber dass man halt viel weniger bereit ist, jetzt schon irgendwie was zu machen und ich weiß halt auch nicht, also ich kann ja immer nur gucken, was es so für Studien gibt und ob da jetzt wirklich mehr Offenheit, mehr Toleranz oder überhaupt irgendwie mehr Bereitschaft da ist, ich finde das ganz schwer, das einzuschätzen, weil gerade ja auch die Lebensumstände sich immer ändern. Also auch gerade für die jungen Menschen jetzt, die meisten können von ihrem Gehalt erstmal gar keine Wohnung mehr bezahlen, gar nicht richtig leben, auch durch die Inflation und da sehe ich schon noch ein gewisses Frustpotenzial, wenn man dann sagt, okay, ich habe meinen ersten richtigen Job, auch bei uns, die abgehend vom Studium irgendwie einen ersten Job haben, das bekommt man am Rande dann ja doch mit. Also wir haben selber jetzt in einem Forschungsprojekt jemanden angestellt, der bei uns studiert hat, die hat eine 50-Prozent-Stelle, also nur ein halbes Gehalt, die wohnt bei ihrer Mutter, weil es keine Möglichkeit gibt, sich in Hamburg von einem halben Gehalt irgendwie eine Wohnung zu leisten und das erzeugt natürlich Frust. Gerade wenn man auch diese, und auch dazu dieses Aufstiegsversprechen, was man vorher hatte, wenn du studiert hast zum Beispiel oder eine gute Bildung hast, dann findest du auch einen guten Job, einen unbefristeten Job, kannst langfristig planen, kannst eine Familie aufbauen, kannst dir ein Haus kaufen oder irgendwas, das bricht ja alles komplett weg. Und auf der Ebene verstehe ich halt auch, dass ein gewisses Frustpotenzial da ist und dann ist man wütend auf irgendjemanden, den man nicht mal benennen kann und wählt dann vielleicht auch Parteien oder engagiert sich irgendwie von meiner Seite aus falschen Richtungen. Ich mag das Wort Subkultur nicht. Wie findest du das Wort Subkultur? Total schwierig. Mag ich auch nicht. Es ist auch genauso, ich mag auch gar nicht so sehr dieses Labeling von Musikrichtungen oder sowas. Also dass man zu stark versucht, ein Genre irgendwie zu finden, wenn da keins ist. Das mag ich auch gar nicht, weil Subkultur, was soll denn das bedeuten? Also gut, man kann auch sowieso überlegen, was die Gothic-Szene ist und da gibt es dann ja auch verschiedene Ansichten dazu. Einige sagen halt, eine besondere Lebensweise, eine besondere Art zu denken, was auch immer. Ich sage immer, das ist Klamotten und Musik, also relativ simpel gehalten. Sehe mich trotzdem selber einfach als Mitglied davon, weil ich ja nun mal auch diese Musik mache und die Leute aus der Szene auch kenne oder Leute aus der Szene kenne. Aber ich finde, man muss das gar nicht so versuchen, sich so abzugrenzen. Also dass man sagt, man ist irgendwie eine eigene Kultur oder eine eigene Szene und wir sind anders als die andere Szene und manche sind dann ja auch eher so richtig Hardliner, dass die sagen, okay, ich bin jetzt ein Goss oder sowas, ich will irgendwie mit den anderen nichts zu tun haben oder sich auch als überlegen fühlen. Das finde ich halt immer ganz schlimm, also zu denken, nur weil man jetzt irgendwie eine bestimmte sich selbst in einer Szene verortet, weil man tut es ja nur selbst. Du kannst ja, es gibt ja eigentlich keine, ich sage mal, objektiven Kriterien, die jetzt sagen, du bist jetzt ein Goss oder ich bin jetzt ein Goss. Ich meine, du trägst zum Beispiel heute gar keinen, nicht komplett schwarz. Also als Beispiel und insofern, ich finde das immer ganz schwierig, wenn das in so eine Richtung geht und das habe ich halt auch in einigen Facebook-Gruppen mitbekommen, dass sich da Leute wirklich sehr erhaben fühlen, weil sie sich selber als Gossik sehen und denken, sie sind irgendwie bessere Menschen und das sind sie de facto nicht, weil die Gossik-Szene selber hat auch Rechtsradikale zum Beispiel in der Szene. Es ist ja nicht so, dass das jetzt alles in Anführungszeichen Gutmenschen sind, sondern es ist komplett durchmischt. Also du hast halt wirklich nur einen Ausschnitt von der eigentlichen oder von der großen Gesellschaft irgendwie, von den Normalos, die es eigentlich auch nicht gibt, aber halt irgendwie so einen Ausschnitt und das findest du da halt auch wieder. Du findest irgendwie Menschen unterschieden Bildungsabschlüssen und so weiter. Alles ist dabei, unterschiedliche politische Ansichten. Also damals, als ich ganz jung war, dachte ich tatsächlich, okay, die Goss-Szene ist halt super tolerant, super links, was weiß ich, also alles in diese Richtung. Dann hat man dann festgestellt, okay, das stimmt einfach gar nicht. Das ist komplett durchmischt und dann hast du theoretisch, wenn man halt das so sehen will, halt ja auch noch weitere Subkulturen in der Subkultur. Also du kannst es ja bis ins Kleinste irgendwie aufschneiden und dann hassen die sich auch noch am besten gegenseitig oder so. Ich weiß nicht, Cyber-Gothics, kennst du das? Ja, klar. Genau. Und die waren an gewissen Stellen halt mal sehr verhasst in der Szene. Ich weiß nicht, wie das jetzt heute ist. Ich habe das alles nicht mehr so verfolgt, aber fand das immer total albern. Weil ich dachte, warum regt ihr euch darüber auf? Lasst die so leben, wie sie wollen, wenn sie niemandem schaden und tut das Gleiche. Dieser Hass in der Musikszene, genau das Gleiche passiert in der Kunstszene. Natürlich. Genau dasselbe passiert in jeder Szene. Auch in der Wissenschaft. Ja, auch in der Wissenschaft zum Beispiel. Da kannst du ja bestätigen. Und jetzt habe ich eine pädagogische Frage an dich. Ich weiß nicht, wie das bei euch, das ist schon erwachsene Menschen, es ist Uni, natürlich ist es was anderes als jetzt in der Schule. Aber wahrscheinlich kriegst du auch ein bisschen mit, wie momentan in der Bildung so in der Schule, in der Situation ist. Wenn ihr Studierende bekommt, wie findest du ihre Basic? Wie vorbereitet sind sie? Bist du zufrieden mit dem Schulsystem? Nee, gar nicht. Was heißt gar nicht? Also das hängt auch wieder stark von den Persönlichkeiten ab. Oder auch was die, also grundsätzlich kann man sagen, aber ich glaube, das ist auch ganz natürlich, wenn man Studierende bekommt, die noch irgendwie, also auf dem zweiten Bildungsweg das gemacht haben oder eine Ausbildung oder sowas, mit denen kannst du besser arbeiten. Also die bringen andere Erfahrungen mit. Ist ja auch irgendwie klar. Die haben, erst mal sind die älter, aber die haben halt durch die praktische Lebenserfahrung, sage ich jetzt mal, irgendwie eine andere Herangehensweise. Wenn wir jemanden, wenn wir Studierende da haben und das ist dann auch die Mehrheit, das sind dann die, die direkt von der Schule kommen, Abitur gemacht haben, da fehlt vieles. Gerade so dieses, ich sage mal, selbstständig irgendwie denken. Also wenn ich Studierende bekomme, ist das oft die erste Frage, die ich bekomme, was müssen wir für eine Prüfungsleistung machen? Wenn ich sage, ihr müsst eine Hausarbeit schreiben, dann ist die nächste Frage gleich, wie viele Seiten sollen das sein? Und zwar so, also das geht nur um diese Formalia. Also da wird gar nicht irgendwie darüber nachgedacht, was das inhaltlich ist, sondern eher dieses gleich schon mal abchecken, so ist das machbar oder nicht, aber gar nicht inhaltlich, sondern wirklich dieses, oh Gott, wie viel Arbeit. Also und dann ist es halt auch dann schwierig, manchmal Aufgaben zu verteilen. Also was ich häufig gemacht habe in der Lehre, das waren Praxisprojekte mit einem Partner. Also einmal haben wir es mit der Telekom gemacht oder mit Otto Versand haben wir sowas gemacht. Und dann sollten wir, ich sage mal, eine wissenschaftliche Fragestellung halt für dieses Unternehmen irgendwie bearbeiten. Das war bei der Telekom, dann ging es damals, das war 2016, dann ging es dann wirklich los mit Sprachsuche und so weiter. Da haben wir da was gemacht, da haben wir geguckt, wie gut funktioniert es bei Google, bei Apple und so weiter. Bei Otto ging es dann darum, das Suchverhalten der Kunden zu analysieren. Das ist immer alles ganz speziell. Und da war ich so ein bisschen enttäuscht, weil das war auch schon im fünften Semester, also die sind schon über zwei Jahre dann im Studium, die Studierenden, dass da so wenig, also da hat wirklich gefehlt, selbstständig zu arbeiten und sich auch selbstständig Wissen anzueignen. Aber das war immer so ein bisschen, glaube ich, das Programm, was die aus der Schule so mitgebracht haben. Man sagt ihnen, was die tun sollen, genau das machen die und darüber hinaus wird es schwierig. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass man als Kind und Kind heute schon lernt, wie es nachführungszeichen besser geht oder wie es anders geht, aber wenn dann die Realität kommt, also wenn du dann ins Berufsleben gehst und diese ganzen Sachen, dass vieles davon wieder wegfällt, weil da lernst du es wieder anders. Da musst du dich durchsetzen und so weiter. Das hat halt wirklich viel damit zu tun, immer in Konkurrenz und das ist ja auch das, was du vorhin so meintest mit den Szenen oder so. Das hat auch immer so viel mit Konkurrenzdenken zu tun, warum das in diesen Szenen so eskaliert. Ich sage ja, in der Wissenschaft ist es zum Teil nicht anders, würde ich halt meinen. Wenn du deine Traumveranstaltung hättest, wo hättest du den und vor wem? Wenn ich mir das aussuchen könnte. Also eigentlich hätte ich, also Traumveranstaltung direkt kann ich gar nicht so benennen, weil die großen Festivals, die sprechen mich jetzt nicht so an. Also es gibt ja Wolf Gothic-Treffen oder Mera Luna oder Amphi-Festival und so weiter. Das sind ja die großen Sachen. Das wäre gar nicht so unbedingt das, was ich machen würde, worauf ich nochmal Lust hatte und das habe ich auch schon mal versucht mit jemandem auf die Beine zu stellen, wäre tatsächlich eher was Lokales zu machen, also eher in Hamburg oder so. Zum Glück habe ich jetzt mal in Hamburg gespielt, weil das war immer so mein Traum, mal in Hamburg zu spielen. Eher sowas. Traumveranstaltung an sich, was ich gerne nochmal machen möchte, wäre schon nochmal im Ausland aufzutreten. Das habe ich noch nicht geschafft bisher und da gab es auch jetzt Ideen, aber das hat alles nicht so richtig geklappt. Das wäre halt nochmal toll, aber vom Ding her, was ich halt mag, zumindest nach meinen ganzen Erfahrungen bisher, sind eher kleinere Veranstaltungen, also vielleicht 300 Zuhörer oder Zuschauer, sowas in die Richtung, weil dann kriege ich mehr mit von allem so und das ist eigentlich das, was ich einfach mag und grundsätzlich auch, bisher hatte ich eigentlich immer oder fast immer das Glück, wenn ich irgendwo aufgedreht bin, waren das echt tolle Leute, die das veranstaltet haben, mit denen das sehr viel Spaß gemacht hat und für mich ist jede Veranstaltung super, die mir Spaß macht, weil Geld verdienen damit sowieso nicht, das ist gar nicht das Ding. Ich bin immer froh, wenn man mir irgendwie die Fahrtkosten bezahlt und nicht irgendwo pennen kann, mir muss das gar nicht sein. Genau, und deswegen ist es halt auch schwer, in den USA aufzutreten, weil da werden die Kosten ja schon hoch und wenn ich das alles selber bezahlen muss, den Flug und Übernachtung und so, weiß ich nicht, das muss ich nochmal gucken. Aber grundsätzlich halt so kleinere Veranstaltungen und am besten in Hamburg. Das ist schon interessant. Ja, also ich komme von ganz anderen Musikbereichen, ursprünglich von Klassik, aber ich muss jedem da draußen einfach nur empfehlen, wer das vielleicht überhaupt nicht kennt, diese Richtung, unbedingt den Neuss anhören, Sebastian, Stallschlag oder auch vielleicht andere Künstler, weil das finde ich für mich persönlich widerspiegelt unsere heutige Weltsituation. Also das ist wie so ein bisschen, ich vergleiche immer mit Abstrakmalerei. Für mich Neuss ist es so, also da kann jeder für sich etwas finden, was nur ihm entspricht vielleicht. Ja, da gibt es keine Regeln, obwohl vermutlich schon viele Regeln, wie das produziert wird und so weiter, aber wenn du das hörst, man hat das Gefühl, dass es einfach nur entsteht aus dem Weltall irgendwo, so ist das für mich und für heutige Situation ist es extrem auch so wichtig, ein bisschen ausbrechen, ein bisschen wieder kritisches Denken, finde ich da auch drinnen, oder? Also ich finde das nicht so einfach, da muss man schon reindenken, finde ich. So war das für mich, schaut bitte auf die Seite von Stallschlag in Instagram und auch Facebook, da gibt es sehr viel zu hören und Spotify natürlich. Es wird jeden, sag ich jetzt mal, zwingen, ein bisschen nachzudenken, in welcher Welt wir uns befinden und wohin die ganze Reise eigentlich gehen soll. So, okay, jetzt, ich habe so einen Brauch. für jeden Gast lege ich eine Karte von Tarot. Was hältst du eigentlich von Tarot als Wissenschaftler? Also sagen wir es mal so, wenn es den Leuten hilft, ist das doch eine gute Sache. Also als ich jung war, habe ich das halt auch häufig bei meinem großen Bruder mal gemacht, dass er Karten gelegt hat. Also ich kenne das noch. Ich bin da aber sehr offen. Also das sage ich ja, wenn es den, also ich habe da gar nicht jetzt den wissenschaftlichen, kritischen Blick. Den habe ich sowieso nicht immer so, weil ich mich selbst als Agnostiker sehe, also schon glaube, dass es so Dinge gibt, die man halt nicht erklären kann. Ich aber auch gar nicht irgendwie mich aus dem Fenster lehren und versuche das zu erklären, ob es jetzt mit Gott oder mit irgendwelchen anderen Wesen ist oder mit Magie, sondern lassen wir die Sachen einfach auf uns wirken und wenn es niemandem schadet, finde ich das völlig in Ordnung. Okay, du darfst eine Frage stellen. Die Frage ist, wird meine Traumveranstaltung in Hamburg stattfinden? Ob deine Traumveranstaltung in Hamburg? Genau, ein Stahlschlagkonzert in Hamburg mit 300 Leuten. Also in welchen gibt es da Zeitraum? Nächstes Jahr. In 2024 wird Sebastians Traumveranstaltung in 2024 in Hamburg stattfinden? Genau. Jetzt bin ich mal gespannt. Also es wird erstmal Besprechungen in 2024 auf jeden Fall geben. Das ist schon gut. Und es sieht wirklich rosig aus. Du bekommst Sonne und du bekommst Puket. Also hundertprozentig ja. Und das ist ja richtig gut. Das freut mich doch. Und ich fand heute sehr toll auch. Danke dir. Sehr gerne. Hallo. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020